Willkommen in der Ferngesellschaft, willkommen im Hohemuseum, willkommen in meinem neuen Klangkosmos. Sie sitzen zu Hause, weil die Corona-Krise sich zwingt, zu Hause zu bleiben. Deswegen kommen wir, das Museum, zu Ihnen. Das ist möglich aufgrund von Ferntechnologie, von Tele-Technologie. Wir leben schon lange in einer Gesellschaft, in der wir uns telekommunikative Instrumente benutzen. Telefon, Telefax, Telegrafie, Televersion, nun eben auch Internet und Computer. Das griechische Wort Tele heißt auf Deutsch Ferne. Wir benutzen gewissermaßen die Techniken der Fernkommunikation, um miteinander zu kommunizieren, obwohl wir uns körperlich nicht nahe sind. Es gibt heute den Slogans, bitte Abstand halten, bitte nicht zu nahe kommen, Social Distancing. Das heißt, wir sollen sich persönlich, leiblich nicht begegnen. Wir sollen unseren Körper voneinander fernhalten. Deswegen benutzen wir Ihnen jetzt die ferntechnologischen Mittel, um zu Ihnen zu kommen. Sie arbeiten im Homeoffice, wir kommen zu Ihnen eben als Homemuseum. Wir sehen bei Ihnen zu Ihnen zu Hause. Wir benutzen diesen erzwungenen Stillstand der Raserei für eine digitale Initiative, dass Sie sich einführen in einen neuen Klangkosmos, in einen neuen Kontinent. Den Kontinent der weiblichen Komponisten, der Kontinent der Komponistinnen. Deswegen, weil diese Komponistinnen bisher sehr stark unterdrückt wurden, sowohl im Konzept wie in den Schulbüchern. In den Schulbüchern kommt mehr oder minder keine einzige Kommunistin vor. Und wenn wir jetzt anschauen, wie sind die Rankings, die Listen von bedeutenden Kommunisten. Die letzten, ich muss immer sagen, Komponisten, sonst verstehen Sie mich als Kommunisten. Nein, ich spreche hier von Komponistinnen, nicht von Kommunisten. Also, wenn wir die Rankings anschauen, dann haben wir es verkürzt, dann waren unter 150 Kommunistinnen nur 9. Jetzt sind schon mit, da wäre das 26. Aber insgesamt sind die Ziffern, was weibliche Kommunisten betrifft, sehr, sehr entdeutschend. Das gab zum Beispiel zwischen 1994 und 2015 keine einzige Aufführung einer Operette, geschrieben von Komponisten. Und in das Spielzeit 2014-2015 sind nur 14,5 Prozent der aufgeführten Opern und deutschen Opernhäusern aus der Väter der Frau. Also, es gibt ja viele mehr solche enttäuschenden, deprimierenden Statistiken. Also wir möchten eben darauf hinweisen, es gibt ja den Kontinent von weiblichen Kommunisten, der wurde bisher nicht entdeckt. Und den möchten wir Ihnen nun vorstellen. Und zwar im Rahmen eines vierwöchigen Festivals. Das beginnt am Montag, der 6.04. und dauert bis Freitag, der 1.05. Jeden Tag, von Montag bis Freitag, täglich um 18 Uhr. Aber wir werden Ihnen in vier Wochen fünf Jahrhunderte vorspielen, also ein halbes Jahrtausend weiblicher Musik, eine wunderbare Welt weiblicher Musik, in vier Tagen jeweils ein Jahrhundert und in einem Tag ein bis zwei Kommunistinnen. Angefangen von Francesca Caccini, 70. Jahrhundert, bis Elendra Dick, 21. Jahrhundert. Also, Sie werden dabei nicht nur Musik hören, sondern es gibt auch Interviews, Screenings, Wohnzimmerkonzerte, Live-Schaltungen, Live-Sendungen und auch einen Dokumentarfilm zu Beginn, am 6.04. nämlich den Dokumentarfilm-Komponistinnen, eineinhalb Stunden. Wir sind sehr froh, dass Sie uns in Ihrem Haus, in Ihrem Home empfangen. Wir werden versuchen, angemene Gäste zu sein. Gäste, in denen relevante Informationen und Erlebnisse und Hörerfahrungen und sonstige Erfahrungen als Gastgeschenk mitbringen werden. Gäste, in Ihrem Home, in Ihrem Home, in Ihrem Home, in Ihrem Home. Gäste, in Ihrem Home.